Guten Morgen Leute, Kat und ich fahren jetzt gerade nach zu Paddy und Katrin und holen die jetzt ab, weil wir heute... Kommt ihr zusammen mit? Hä? Ich meine ja. Ja, die Arbeit ist das heute, oder? Oh, stimmt. Wir gehen zu dritt, gell? Ja. Okay. Ähm, ja gut, also wir, also ich, Kat und Paddy, Paddy, Kat und ich, wir gehen heute nach Stuttgart und gehen zu Milano. 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 Und, äh. Und, ähm, Lamia wird heute wahrscheinlich auch mitkommen. Sie kommt dann irgendwann nach, glaub ich, oder so, weiß nicht. Auf jeden Fall werden wir sie heute sehen und dann gehen wir, ja, und jetzt holen wir gerade Paddy ab. Wir haben Paddy, ähm, jetzt abgeholt von zu Hause. Ähm, und Lamia wartet schon in Milano, weil sie hat sich gerade gemeldet, dass sie jetzt schon da ist. Und, äh, wollten eigentlich nach Ikea gehen, aber wir haben uns jetzt doch entschieden, nicht mehr zu gehen. Vielleicht ein anderes Mal. Und, äh, haben jetzt mega Hunger. Deswegen wollten wir vielleicht entweder Hans in Glück gehen, oder... Oder... Also, es gibt eine Zeit, wo wir die ganze Zeit Sushi, 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 Sushi. Dann gibt es eine Zeit, wo wir die ganze Zeit den David, den David jeden Tag. Und jetzt gibt's, jetzt ist Hans im Glück. Wir können nicht mal abwechselnd essen. Nee. Immer das Gleiche. Ähm, ja, aber... Ist auch voll lecker, Hans im Glück. Ich freu mich schon drauf. Das... Ich weiß gar nicht. In Milano gibt's eigentlich voll viele noch. Es ist Läden, die wir ja nicht mal kennen, aber... Leute, wie findet ihr das, wie das WhatsApp jetzt anzeigt, wenn man's gesehen hat? Ich find's voll scheiße. Ah, ich dachte, jetzt kann Anna nicht mehr austreten, dass sie dann zurückschreit. Aber guck mal, wenn man überlegt, ähm, was für... Also, wenn man jetzt zum Beispiel... Man kann ja einstellen, ob man das... Also, weil man zuletzt online war. So hat man's ja damals immer geguckt, wenn's jemand gesehen hat. Ja. Und selbst wenn man das eingestellt hat, kann die andere Person ja noch sehen, ob man's gesehen hat oder nicht. Finde ich voll... also, voll dumm gemacht dann. Weiß? Wenn die's davor, dass andere hatten. Also, ich find's... Ich find's auch nicht so cool. Weil, wenn du einfach mal grad keine Zeit hast, zurückzuschreien. Oder du siehst das kurz und dann, weißt... Aber... Machst du grad was anders? Ja. 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 Vor Nachtweilig. Wurdest du hier geblitzt? Wurdest du hier geblitzt? Nee, wurdest du hier geblitzt? Nee, da nicht. Ach so. Das war doch beim Penthouse raus. Oder, ich glaub, wenn man also diese Software-Update-Aktualisierung nicht gemacht hat, dann funktioniert das bei einem nicht. Hast du's... Weil ich hab's nämlich nicht gemacht. Hast du's gemacht? Bei mir war's irgendwie automatisch. Hast du die Automatisierung? Ich hab kein Update gemacht von WhatsApp. Es ist automatisch, der Stand überall. Ja. Du musst kein Update machen. Es ist jetzt automatisch drin. Nee. Bei mir war's auch automatisch drin. Okay, weil bei mir ist das nämlich nicht. Soweit ich weiß. Doch. Nee. Sehen immer noch die grünen. Da hast du immer noch ganz alten. Ja. Ah! Ah! Das heißt, bei mir kann's keiner sehen. Anna? Stimmt. Ha! Ich bin immer noch Undercover unterwegs. Scheiße. Und der Post-Person muss dringend nötig werden. Ja. Naja. Ich weiß auch nicht. Bei mir macht's nicht automatisch. Ich glaub, weil ich keinen Speicher mehr hab. Oder? Naja. Egal. Auf jeden Fall freu ich mich aufs Essen. So. Wir sind jetzt in Milaneo. Ja! Wir müssen damit zweimal raus. Hallo! Genau. Wir wollten jetzt aufs Essen gehen. Wir waren noch im Primark und so. Es war ein bisschen zu voll. Deswegen konnte ich schon schwimmen. Und durfte auch nicht. Ähm. Jetzt gehen wir was essen kurz. Ihr wisst ja schon wo. Aber es ist super, super. Perfekt. Und das Wetter ist echt traumhaft. Deswegen gehen wir später noch auf die Königsstraße. Und werden da noch, ähm, zu... nach St. Douglas, glaub ich, gehen. Ah! Wirklich erläutig war immer so. Hallo! Hallo! Guten Tag! Wo ist unsere Familie? Jetzt hab ich recht. Das ist gelber, oder? Das ist... Das ist doch schon... Bond. James Bond. Ja. Und da vorne schlägt sich das Spackensack. Yummy! Ja! Ja, okay. Ja, okay. Wir sind jetzt nur am Team. Lass uns das zu merken. Ja, ja, unsere Burger sind jetzt da. Aber irgendwie, heute ist irgendwie alles schief. Die vertauschen gerade alles. Und die Getränke sind voll... Irgendwie, ich weiß nicht. Heute haben sie es nicht so. Aber wir kriegen unsere Getränke aus Haus. Also von da hin. Echt jetzt? Ja, ja. Cool. Also du hast eh groß bestellt, aber ich glaub... Also ich hab ja eigentlich gleich bestellt. Ach so. Wow! So. Bam! Bam! Hallo! Wir sind jetzt in Starbucks gelandet. Und ähm... Wir warten jetzt, bis Anna und Lamia... Ja... Gibt's auch zu machen? Ja, ja. Ich wollte unbedingt Flash-Statuts holen. Und ich hab mir jetzt welche geholt. Flash-Statuts. Die kommen. Die müssten bald kommen. Und wir warten jetzt, bis hier Anna und Lamia fertig sind. Fotos machen. Und dann gehen wir auch gleich auf die Königsstraße. Doch, aber... Ja. Hi! Ähm... Was machen wir jetzt? Weiß nicht. Vorher haben wir gefahren. Ah, wir haben ähm... D... D1D. Ah, wir sind zum Freimark. Da. Hier gibt's einen Max. Gibt's den Max? Douglas, oder? Ah, Douglas. Wir wollen dann Douglas vorbei. Genau. Oder wollt ihr noch um die Königsstraße? Dann müssen wir nicht. Nö. Wir müssen nicht dunkel und so. Ja. Genau. Ja. Ja, wir wollten jetzt noch kurz... Also, Party wollen jetzt noch kurz zum Douglas. Und dann chillen wir. Yay! Ich komm wieder bei uns. Ja, wir müssen mal so eine Chillerwohnung einrichten. So. Machen wir bald eine Bar auf. Und da chillen dann alle Leute und so. Ich würde mich wieder bauen, dass mein Name dann integriert ist, ja? Echt? An-Kat-Pat-Bar? Ja, bitte. An-Kat-Pat-Bar. Als ich dann fahre, ist wie so ein Asia-Restaurant. An-Kat-Pat-Bar. An-Kat-Pat-La. An-Kat-Pat-La. An-Kat-Pat-La, ja bitte. An-Kat-Pat-La, ja bitte. An-Kat-Pat-La. An-Kat-Pat-La. Das wäre doch volles coole... Ja, wäre doch volles coole Restaurant. Ja, wäre doch volles coole Restaurant. An-Kat-Pat-La. Am liebsten? Am liebsten. Wollt ihr im Vlog sein? Hallo! Wir sind jetzt wieder zu Hause. Hallo Katzi, Katzi. Und... Paddy, Katrin und Lamia kommen auch mal nach. Weil wir dann ein bisschen außen gehen wollen. Ja und... Oh, wie sieht die Wohnung aus? Was ist immer so schnell? Dreckig, dreckig. So. Ja, auf jeden Fall gucke ich mal, wie mein Video heute eingekommen ist, weil ich habe ja ein Video geladen. Und zwar das Oktoberfavoriten. Und ja, genau. Lass mal da rein. Nee, ist... Oh, fertig jetzt. Hä? Hä? Wir probieren jetzt gerade hier das Batiste 3 Shampoo XXL Volumen 3 Shampoo aus. Ob es echt Volumen gibt. Ob es wirklich Volumen macht. Das ist mein Ergebnis. Ich weiß nicht, ob er einen Unterschied sieht. Also ich kann es nicht so genau sagen. Aber meine Haare elektrisiere jetzt. Das ist mein Ergebnis? Guck mal! Eigentlich ist es wie so ein Haarspray, glaube ich. Guck mal! Ups. Das ist mein Ergebnis. Wir warten noch auf Lamia. Ja, meine Haare waren jetzt nicht fettig. Ich habe wahrscheinlich geduscht. Aber ich wollte ausprobieren, wenn es fettig ist. Ich weiß, ob das dann nicht mitfällt. Wir hängen dir ein Bild weniger. Ja. Lamia, wann kommst du? Oh, ich finde die voll schön. Das ist gut. Mhm. Ähm. Äh. Äh. Was ist das? Ein Stein. Ein Ohrring. Ah, ein Ohrring. Also ein Dings von dem Ohrring. Schon mal abgegangen. Ja. So Leute. Ähm. Wir gehen jetzt raus. Die Katerin und die paar ... Hallo. Hallo. Es sind gekommen. Und ähm. Wir gehen jetzt raus. Ein bisschen über chillen und so. Aufs Trinken gehen. Und äh. So Leute. Hallo. Ich vlogge nochmal. Ich erzähle mir. Ich erzähle mir jetzt. I must do it. I must do it. Leute. I must do it. Also, ich kann am besten Englisch, weißt du, mit so einem Schwäbisch erzählen. Der Günther. Der Günther kann sehr gut Englisch sprechen. Bin ich jetzt der Günther? Und du bist der Peter? Hallo. Du bist der Peter und ich bin der Günther. Bist du schon die ganze Zeit der Günther? Ich bin schon die ganze Zeit der Günther. Ist das der Peter? Ja, die Peter kann ich auch machen. Ich bin beides. Und das war jetzt gerade so. Ich hab gerade in einen anderen Vlog rein. Wo hast du meine Schwester? Was? Die stört einfach beim Vloggen. Was ist das denn? Ey, die hat jetzt so ein schön Hafer am Krumm. Also wir können gehen, Lamia kommt. Okay. Okay, Lamia kommt auch gleich. Bis. Hey. Jetzt sind wir wieder zurück. Wir wollen kurz etwas trinken. Oh, ich muss auch. Jetzt sind wir wieder bei uns zu Hause. Chillen noch. Und dann. Huuuuh, meine Schuhe. Druck mal den. Und ich krieg sie nicht ausgezogen. Ahhhh. Super. Jetzt sind wir wieder bei André. So. Und hier ist auch da. Da hinten. Huuuh. Und dann. Paddy vloggt gerade. Das werdet ihr dann auf ihrem Kanal sehen. Flänkchen auf. Verlenke ich in der Infobox. Meine Jacke. Ich vergesse mal meine Jacke auszuziehen. Huuuh. Die Stockwerden hochlaufen. So. Das Treppensteigen. Wir brauchen echt so eine Garderobe, gell? Scheiße. Das ist die Schweihandy. Ups, sorry. Mh. Oah. Wo warst du? Mh. 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 Lass dich mal raus. Komm. Mh. Komm. Unsere Gäste sind schon gegangen und Kat und ich, also ich werde Kat noch beim Videodrehen helfen und dann gehen wir schlafen. Heute war ein langweiliger Tag, ich weiß. Aber so ist es nun mal, ich werde jetzt auch bald schlafen gehen, weil morgen muss Kat früh aufstehen und dann muss ich automatisch auch früh aufstehen. Und Videoschneiden, ne? Und Videoschneiden, ne? Und Videoschneiden, ne? Und Videoschneiden, ne? Und Videoschneiden, ne?